Vielleicht kennen Sie auch die Symptome einer akuten Stressreaktion. Die tritt ja auch auf, wenn man so etwas Angst hat. Die Herzfrequenz wird schneller, die Atmung wird flacher, die Hände werden etwas kalt. Das tut nicht gut, aber dagegen kann man etwas tun. Wenn Sie regelmäßig Atemübungen machen, und das ist einfach, das kann man auch so tun, dass es gar kein anderer mitkriegt, kann das einem helfen, sich aus so einer Situation auch wieder rauszuholen.